Meins. So. Okay, okay, okay. Okay. Ich nehme ihn mal zurück hier. Ja, ja. Ich weiß nicht. Was nehmen wir denn? Jo. Jetzt ist er schon wieder weg. Der verschwindet immer. Hm. Oh mein Gott. Blutfärbung. Ich glaube, das ist einfach nur zu Verbesserungen. Das macht dann halt mehr Angriffskraft und so ein Quatsch. Okay. Ich rutsche gerade zu sehr in die Ecke ab. Es tut mir sehr leid. Schauen wir mal, was wir da unten finden. Ich vermute mal, dass wir jetzt bald mal auf den dritten Boss treffen sollten. Ich vermute es aber auch nur. Das ist ja jetzt auch der Ort, von dem der andere Jäger da gerade geredet hat. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Hm. Blutcocktail, alles klar. Okay. Okay. Hm. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass das alles war. Oder? Ja. Das ist eine gute Frage, Mika. Das ist eine gute Frage. Ja, wie jetzt? Ah, es ging doch. Okay. Ich habe erst gelesen, dann hätte ich nochmal drücken müssen. Ich habe schon mich geändert. Ganz kurz. Oh. Oh Gott. Er schwebt. Oh. Okay. Ich werde bestimmt gleich sterben. Nein. Ich wollte looten. Zu spät. Hm. Ah. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah. Jägerfackeln. Alles klar. Irgendwie bin ich doch weiter weg vom Boss, als ich gedacht habe. Tja. 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 Das sieht irgendwie aus, als soll ich da runter springen. Ich tue es trotzdem. Ah. Oder doch. Ja, gut. Tja. Hier ist ein Licht. Eine. Leider. Will ich wieder hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich will das gar nicht. Oh. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ja. Gerne. Oh. Jetzt bin ich wieder hier. Ja. Ja, gut. Dann kann ich ja wieder runter. Zu viel im Kreis. Ja, super. Wo ist sonst nochmal hier runter gegangen? Nein. Sein Mist. Tja. Tja. Hallo Vortex. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir suchen gerade Boss Nummer drei. Bye. Oh. Chill. Ja, es geht. Immer noch etwas Schmerzen muss ich gestehen, aber keine Ahnung. Im Winter ist das irgendwie eh immer schlimmer. Ist halt nervig. Aber es ist halt wie es ist, ne? Apropos. Ich glaube, ich nehme mal kurz was ein. Äh. Moment. Wenn möglich. Ja, Mika. Ja, so ist es. Viel zu kalt. Ich stimme komplett zu Vortex. Okay, der hat irgendeinen Fluch auf mich gemacht. Interessant. Oh, ne T ist ne gute Idee. Das muss ich später auch machen. Ich mache eh nicht mehr so lange streamen. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Warum? Wieso? Hör auf. Ich hätte gar nichts getan. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Ich würde sagen, der Kel da oben mag mich nicht. Denn er knallt mich ab. Ich sollte vielleicht versuchen, keine Ahnung, durchzurennen. Oder mir eine Deckung zu suchen. Oder beides. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Orientierung. Orientierung. Die ist kaputt. Die existiert nicht. Was für ein anderes Gebiet denn? Es gibt doch ein anderes Gebiet. Ich war doch schon gefühlt überall. Ich kann mir an manchen Stellen einfach nicht weiter, weil mir dann immer was gefehlt hat. Habe ich denn irgendwo ein Gebiet übersehen? Das darfst du mir gerne sagen. Weil... Weil... Mal nachdenken. Von da aus komme ich gerade nirgendwo weiter. Das ist das Zentrum. Das sind nur die ganzen Patrouillen und Co. Bei der Brücke geht es hinten auch nicht weiter. Ja, glaube ich auch, Mika. Das ist ja, wenn man alleine spielt, kein Problem. Dann kann man Ewigkeiten suchen, sind wir ehrlich. Aber halt hier im Stream ist es ein bisschen nervig. Also Wegweisung nehme ich gerne an. Sondern es halt keine Spoiler sind. Kathedralenbezirk fällt mir jetzt auch kein weiterer Weg ein. Weil da war ja alles versperrt, egal wo ich hingegangen bin. Die Tür unten war zu. Hat der Kerl noch von irgendwas erzählt gehabt? Ich baue mich jetzt noch mal hin und gehe noch mal zu dem Kerl, der irgendwas erzählt hat. Aber ich glaube nicht. Vielleicht ist Basti ja gleich so nett und erzählt es mir, wohin ich soll. Oh. Soll er vielleicht Warcraft ausblenden? Habe ich irgendwie noch nicht gemacht. So. Der Ring ist hoch. Ach, ich komme mir ja gar nicht zurück. Wie wäre zu einfach? Willst du mich verarschen? Hau auf mich zu ärgern. Ich wäre jetzt kein anderer Weg ein. Ich könnte jetzt noch mal die Orte, wo ich vorher nicht durch kann, noch mal abprüfen, ob ich jetzt irgendwo durch könnte. Aber es würde mich wundern. Warum schwebt der? Ach, da ist er ja. Schießt er gleich auf mich? Hm. 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 von hier unten aus ich gucke jetzt einfach ich glaube von hier komme ich nirgendwo hin ich Okay. Hab ich schon hm gesagt? Falls nicht, sag ich's gern nochmal. Ja, ich vermute jetzt noch, bis halt Yu da ist. Ich denk mal, die fängt ja heute bestimmt pünktlich an. Vermute ich mal. Ich geh mich halt nochmal umgucken, aber ich glaub... Wie, Yu kommt heute nicht? Wie jetzt? Hä, warum sollte sie heute nicht kommen? Gestern hat sie doch auch gestreamt. Oder hat sie irgendwas gesagt? Ach, Mist. Gib mir ne Sekunde. Hab ich ganz vergessen. Warte, ich guck mal. Oh, tatsächlich, ich hab geschrieben, dass sie morgen... Du hast recht. Ja, dann... Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht mach ich dann einfach ne kurze Pause. Ich muss auf jeden Fall dann kurz mal aufstehen und mal aufs Klo und alles. Ja, ja, ich hab das schon gemerkt. Hier können wir ja auch nicht durch, ne? Nö. Puppe, kannst du mir weiterhelfen? Schwer nicht, ich zieh mir was. Hm. 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 Von wo kam ich nicht weiter? Mir fällt nur die Brücke gerade ein. Aber dann muss ich EU mal antworten. Gib mir ne Sekunde. Hier konnte ich nicht weiter. Ich wusste es. Oh Gott ey. Ah, mein Hirn ist gerade überfordert. Oh Gott. Es könnte eigentlich nur einer der beiden anderen Hauptwege sein, wo ich nicht weitergekommen bin. Wo ich eine Medaille oder sowas brauche. Ich gucke mich nochmal da um. Vielleicht finde ich irgendwas. Dass man einfach nicht von hier aus porten kann, ist ein bisschen blöd, möchte ich gestehen. Sondern immer erst zum Traum zurück muss. Ja, oder ein Emblem, keine Ahnung. Ich brauche da auf jeden Fall was. Das muss ja irgendwo zu finden sein. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt gar nichts mehr finden. Ich brauche eins Mika? Hä? Ich habe Mika. Ich habe Mika immer. Bald sehe ich Mika sogar in echtem Leben. Also wieder. Oh, danke. Oh, danke. So, die alte Frau, du sagst ihr über diesen Ort, richtig? Ach, die kann man wechseln. Das Beten wird mir vielleicht irgendwas bringen. An manchen Stellen. Ich frage es nur wo am besten. Reagierst du auf Emotes? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Tja. 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 Tja, tja. Ja, mach ich gleich, Guus. Sie antwortet mir bestimmt eh gleich wieder. Wenn sie nicht gerade beim Kochen ist. Dann antworte ich ihr. Also dann sage ich dir, dann sage ich dir Guus. Das da oben war ja verschlossen. Au, au. Au. Au, au. Ein Gerät verschlossen. Wenn wir hier auf der anderen Seite, wo wir so einen Schalter umdrehen konnten, wenn wir den nochmal benutzen, das wird aber wahrscheinlich gar nichts ausmachen, vermute ich. Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich verzweifelt bin. Muss ja irgendeinen Sinn erfüllen, keine Ahnung. Ja, ich werde ja dann für Mika Sushi machen, wenn sie bei mir ist. Man kriegt Mika Sushi. Und ihr kriegt nur Bilder, damit ihr eifersüchtig sein könnt. Ist ein guter Plan, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, ja. Oh, oh. Ach, diese Wunde, ey. Sind die nervig. Hey, Vortex, ganz ehrlich, Sushi ist nicht nur Fisch. Das ist auch Gemüse und Reis. Damit beten wird wahrscheinlich nichts bringen, oder? Ich mache es trotzdem mal. Oh, gut, jetzt, 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 erzähl mir, was... Ja. 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 Wo war denn die heilige Kirche nochmal? Oh, Lasagne. Ohne Witz. Vielleicht frage ich meine Mutter, ob wir dann Lasagne essen können. Oder, noch besser, Sauerbraten. Boah, Sauerbraten. Boah. Okay. 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 Hm. Hm. Habe ich schon hm gesagt? Das ist eine gute Idee, Vortex. Nein, ich greife... Nein, warum sollte ich? Er hat mir nichts getan. Ist mal ernsthaft. Warum soll ich einfach einen RPC angreifen, der mir nichts getan hat? Bitte sag mir nicht, dass ich das jetzt wirklich machen muss. Bitte sag mir das jetzt nicht. Ach, ne. Ja, ist doch gut. Ich will nicht. Er hat mir gar nichts gemacht. Aber warum sollte ich dann? Bringt mir das denn irgendwas, wenn ich denn jetzt angreife? Außer, dass meine Nase gerade juckt. Ich würde es jetzt auch nicht machen, weil er hat mir nichts getan. Wir haben ja... Wir kooperieren. Da sollte ich ihn nicht hauen. Da würde ich eher die alte Frau hauen, weil sie blöd ist. Er ist nicht sass. Ist er wirklich nicht. Für mich kommt er bisher okay rüber. Aber ich vertraue ihn nicht hundertprozentig, weil ich hier aktuell niemandem vertraue, ehrlich gesagt. Bezieht aber auch nur daran, weil ich das Spiel nicht kenne. Aber ansonsten... Hier unten ging es sonst nirgendwo weiter, oder? Wie gesagt. Echt? Echt? Nichts? 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 Echt? Ich habe es doch nicht gesagt, ich habe auch einen Schild aufzuhren. Ein Schilder da. Ich kann nicht nur sagen, ich kann das Straßenbrief. Nee, das ist doch nicht echt so schön, weil wir waren. Ich muss schon wieder irgendwas übersehen haben. Irgendwas offensichtliches, was für mich irgendwie nicht so offensichtlich ist. Keine Ahnung. Und das verwirrt mich. Das verwirrt mich sehr. Ich bin sehr verwirrt. Tja. 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 Sonst würde ich jetzt doch versuchen nochmal da durchzurennen, muss ich gestehen. Weil mir jetzt kein anderer Weg einfällt. Weil die Hauptstraße ist nichts. Zumindest würde mir jetzt nicht irgendwie einfallen, was ich da machen könnte. Tja. 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 Weil hier oben greift er mich auch noch nicht an. Erst wenn ich da runtergehe, scheinbar. Und dann fängt er auch an zu reden. Von wegen, ja, du bist ja total tapfer, bla bla bla. Ab wo greifst du mich an? Ab hier wahrscheinlich, ja. Dauer. Dauer. Ich will hier rumlaufen, meine Güte. Hammer's dann. Augen greift er mich jetzt noch nicht an. Ich bin verwirrt. Oh. Kaum beschwert man sich schon hinterher an. Ich hätte einfach gar nichts sagen sollen. Von wo aus schießt du? Ach, von da. Ja. Alles klar. Ouch. Okay. Okay. Oh. Oh. Hey. Nicht so einfach Wenn ich das mal behaupten darf Ja, fuck Wenn das Ding mich halt dabei trifft, ist es halt echt Boah Es ist machbar, aber ist schwierig Machbar, aber schwierig Ich versuche es nochmal, warum nicht? Dankeschön Sekunde Jo, mach ich nie So Schwierig, aber machbar Denke ich Oh, uh So 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 Okay, okay, okay. Aber, aber, oh Gott, aah. Das soll aber auch gleich so viele sein müssen. Mann, Mann, Mann. Ach, der bugt im Boden. Ich denke schon ganz ehrlich, mich greift nur noch einer an. Ja, lol. Ja, tja. Sein Kopf guckt so ein bisschen raus. Aber ich habe ihn auch töten können, immerhin. Göttlich. Au. Die wollen dann nur runtergucken. Gibt es da auch einen normalen Weg runter? So, wir reden jetzt durch. Help, 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 help. Wiedersehen. Ich bin gar nicht hier. Ja, gut. Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Aua. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, aber es ist ja auch egal. Ja. Ich habe was gehört. Ach da. Ich habe was gehört. Ach da. Okay. Ich bin ja auch ein bisschen rausgebracht. Ich bin ja auch ein bisschen rausgekommen. Chill. Der nächste. Aua. Wo haben wir es dann? Wie viele denn noch? Wo haben wir es dann? Will noch jemand? Ah, da. Ja, das stimmt wohl, Gus. Irgendein Boss wird mich schon finden. Früher oder später. Ah, da. Wie viele denn noch? Ist okay. Warum haben wir es jetzt dann so langsam? Irgendwie gefällt mir der Raum nicht. Und das Ding da gefällt mir auch nicht. Ich mache einfach einen Bogen drum. Ich bin gar nicht hier. Touch. Okay. 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 Mhm, 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 mhm. Ein Speicherpunkt wäre nett. Der wäre jetzt voll toll. So langsam. Ein bisschen. So. Oh. Okay. War das eine Abkürzung? Das war eine Abkürzung. Ja, gut. Das ist gut. Das ist gut. Glaube ich. Wenn ich nur gerade wüsste, wo ich nochmal bin. Oh, fuck. 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 Nein, böse. Boah, wie viele. Nein, nein, noch dieses behinderte Scheißding. Wir rennen. Wir rennen. Also hier kann man auf jeden Fall eins. E.P. sammeln oder in dem Fall Blut oder was weiß ich, wie das Zeug heißt. Wenn man sich dabei nicht so wie ich jetzt tausendmal verirrt. Mindestens. Wo zur Hölle bin ich? Oh, Gott. Chill mal. Oh, jetzt bin ich hier. Hier war ich vorhin doch. Ja gut. Dann brauche ich da ja gar nicht erst weiter. Oh. 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 Oh, ich habe was übersehen. Nein. Böse. Stop it. Kann man den Kerl da oben vielleicht umbringen? Das wäre voll praktisch. Fuckin' hell. Fuckin' hell. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Chill. Ja. Gut. So kann man ihn natürlich auch umbringen. Das war nicht gewollt, muss ich gestehen. Aber ich beschwere mich nicht. Ja, ohne Witz was. Das war jetzt... Ohne Scheiß. Das war jetzt wirklich Glück. Ich gebe es zu. Aber das war... Loot, die ich nicht aufheben kann. Nein. Nein. Ich möchte aber... Mein Loot. Okay. Dann nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Schon wieder. So ist es, Mika. Es darf auch mal positives Karma kommen, oder? Für mich und für die Gegner und das Neger. Die? Nein! Nein! Ich bin hier nicht runtergefallen. Nein. So ein Mist. Er ist zu spät. Guus. Ich kann nicht mehr runtergucken. Er ist zu spät. Tut mir leid. Ich bin schon runtergefallen. Irgendwie traue ich den Ding hier nicht. Ich darf hier schon wieder irgendwie hoch. Nee. Doch. Nee. Ja, ohne wird sich ja auch schon überlegen, ob das Ding lädt. Vielleicht ist es einfach nur angekettet oder so. Gute Idee, Vortex. Das mache ich noch. Aber... Gib mir noch eine Sekunde. Erstmal wieder an diese Ort rankommen. Juck, juck. So. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich den Loot nicht aufsammeln kann. Muss ich ja mal so sagen. So. Nach unten gucken. Und was soll ich jetzt hier so Besonderes sehen? Ich sehe ja nur, dass ich hier bin. Guus, ich verstehe gerade nicht, worauf du hinaus willst. Kann ich die Ketten hier kaputt machen? Ich schwöre, das war keine Absicht. Es war wirklich keine Absicht. Ich traue dem Ding zwar nicht, aber... Es tut mir leid. Okay. Dann gehen wir jetzt da hin. Ich wollte es nur aufwärmen. So ist es. Brennt das jetzt die ganze Zeit? Es tut mir sehr leid. Ich sehe es jetzt schon. Am Ende erwacht es viel, weil ich das ganze Zeit verbrenne oder so. Ich will hier nicht einfach runterspringen. Das ist so hoch. Oh. 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 Also die Kette kann ich hier nicht kaputt machen. Tjo. Ich glaube, ich muss hier runterspringen. Ich habe keine Wahl. Tjo. 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 Auf die Seite muss ich irgendwie kommen. Da. Also nochmal hoch. Mann. Achso. Schon verstanden, Gus. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Und dann nochmal runter. Und dann auf andere Seite. Weil Bahnhof. Okay. Okay. So. Okay. So. Hier bin ich ja schon durchgelaufen. Ja. Vielleicht, wenn ich von hier aus runtergehe. Wie lange will das jetzt mal brennen, die ganze Zeit? Okay, also von da drüben komme ich nicht weiter. Also ich nur die Seite. Dann gehen wir auf der Seite runter. Hups. Okay. Der hätte ich wohl auch einfach nur mal runterspringen können. Achso. Nee, das ist von hier. Also war ich da doch schon. Meine Orientierung ist null. Ich bin Ryoga. Das war mein Halb. Ich würde in China landen, wenn ich loslaufe. Na ja, eher losrolle mit meinem Rollstuhl. Tja. 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 Hm. Passiert aber nichts. Dann beten wir hier mal. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, weil es ein Altar ist oder so. Bringt wohl nichts. Gut. Ich habe meine Orientierung verloren. Komplett. Kamera, du Scheiße. Also die Sekiro-Kamera, die war schon ab und zu echt ein bisschen nervig, aber die hier überträgt. Also wenn Dark Souls dann noch schlimmer ist, dann Halleluja. Ich will da runter. Ja, da runter will ich. Ich muss nur herausfinden, wie ich da hinkomme. Von da drüben irgendwie. Eine Brücke. Mit einem Weg. Und lauter Wölfen. Okay. Ich wusste es. Aua. Aua. Das ist jetzt scheiße. Ein Speicherstund wäre langsam wieder nett. Das habe ich glaube ich schon vor einer halben Stunde oder so schon gesagt. Gefühlt. Also von denen kriege ich immer Blutscherben gefühlt. Ich möchte einen Speicherpunkt. Bitte. Ich frage auch ganz lieb. Bitte. Dann halt nicht. Danke. 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 habe ich irgendwann mal eine Orientierung gefunden. Aber ich glaube, hier in diesem Spiel wird das nichts. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Du Aschloch. Komm runter. Dann hole ich dich halt runter. Hm. Ich habe dich jetzt gar nicht erwartet. Aber danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Ich habe so viele Punkte. Ich brauche einen Speicherpunkt. Oh mein Gott. Ich werde sie bestimmt gleich alle verlieren. Aus irgendeiner Dummheit. Ich spüre es. In meine Eier stecken. Stecken. Stecken macht gar keinen Sinn. Ja, stimmt, Mika. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Also wenn ich Ploppa und so oft durchspielen muss, wie ich Sekiro durchgespielt habe, dann Halleluja. Ist halt auch die Frage, ob es hier auch mehrere Endings gibt, wofür man halt mehrfach durchspielen muss. Wenn nicht, dann werde ich das auch nicht machen. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe. Du da, du da. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe. Du da, du da. Ich habe keinen Plan. Warum singe ich überhaupt? Es tut mir sehr leid. Wenn ich durchdrehe, dann fange ich einfach, mich hinzudrellen. Es tut mir sehr leid. Oh Gott, wo bin ich? Warte, warte. Hier war ich schon mal. Glaube ich. Ja. Nein. Doch. Doch, ja. Genau. Ja. Okay. Ach, hier bin ich. Ach so. Ja, gut. Oh Gott. Ja, dann wird das Spiel mich ein paar Monate gefühlt. haben, mindestens. Okay. Ach, die Tür war... Ja. Aha. Das ist also eine Abkürzung jetzt. Okay. Ist sie was? Wir gehen jetzt zum Speicherpunkt zurück. Weil der ist ja von hier nicht mehr weit. Wenn ich jetzt die Tür da gemacht habe, dann, ja. Die ist sie. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Will ich hier Spiel wirklich auf Platin machen? Ich bin mir ja gerade nicht so sicher. Hust. 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 So. Bleib mir Ruhe. Aber es sind gleich alle Gegner wieder da. Ach, egal. 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 Ich muss die EPs benutzen. Ich habe ja jetzt eine Abkürzung. Was soll's. Das. Nochmal das. Ja. Und das. Das reicht. Ich hätte gucken können, ob ich retten muss. Es ist zu spät. Egal. Ich gucke das Rost dann nach. Na, geht noch. Na, geht noch. Geht noch. Ja, ja, Basti, verrat mir was. Was denn? Erzähl. Tell me. Tell me more. Ja. Oh nein. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich ver... Heißt, ich habe das ganze scheiß Geld rausgeschmissen. Besonders scheiß Blut. Obwohl ich damit das scheiß fucking, fucking, scheiß fucking, scheiß fucking... So. Fuck, ey. So ein Mist. Mann, Basti, warum sagst du mir das nicht früher? Oh nein, Guss! Wir finden es alle lustig, was es mit mir ist. Ich leide darunter. Ihr seid alle gemein. Ne, ich gucke jetzt nicht nach. Ich gehe nicht zurück. Ich bin jetzt beleidigt. Na, mir Ruhe. Und wenn man mich nicht verstanden hat, ist es mir auch gegangen. So. Ich rege mich nicht auf. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Ich würde mich nie aufregen. Das ist eine Unterstellung. Du weißt doch, ich bin Mrs. Ruhig. Mrs. Ruhig. Ich reg mich nie auf. Ja, mi, mi, mi darf ich machen. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Mika, du hast recht. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr zurückzugehen. Darf ich das so ehrlich sagen? Wenn ich vielleicht sterbe, dann ist es halt so. Ich hatte gerade 10K. Was bist du eigentlich für ein Scheißding? TTF? Ich bin jetzt hier unten. Ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Ist mir alles voll wurscht. Oh Gott, das sieht aus wie ein Bossraum. Ist das ein Bossraum? Das sieht aus wie ein Bossraum. Es ist groß. Es ist doch kein Bossraum. Bist du ein normaler Gegner? Oh, du bist doch ein Boss. Okay. 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 Target, danke schön. Das kannst du. Ich habe Angst vor dir. Au, 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 au. Oh mein Gott. Chill. Hat deine Mutter keine Manieren beigebracht? Oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich habe keine Angst. Ihr habt Angst. Ich habe keine Angst. Ihr habt Angst. Ja, Kamala. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du so liebensgewitzig bist. Ja, der nächste Boss hat uns gefunden. So ist es. Aber immerhin haben wir endlich überhaupt mal den Boss gefunden. Das ist auch schon mal was, oder? Und dass ich einen relativ kurzen Weg dahin habe. Durch die Abkürzung. Ich meine, wir haben noch genug Heilsachen. Ich habe mich ja so voll gekauft. Können es bestimmt zwei, drei Thrice versuchen. Und dann werde ich halt, ich denke privat, nochmal ein bisschen farmen für den Schlüssel. Oder Emblem. Ich gehe richtig, oder? War das hier lang? Ja, nee, doch. Ja, doch. Okay. Okay. Oh, Mist. Das Vieh ist super hesslich, wie das mal so Ich glaube, es war mal eine Frau Oh, fucking, 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 ey Oh, oh, oh Oh, das Ding vergift es mich, ich seh's gerade Die Frage ist, wie lange? Oh, okay Das ist ganz schlecht Das ist ganz schlecht Erinnert mich dran, dass ich nächste Runde Mein Gegengift für kürzer Zugriff machen muss Okay Fuuuck Ich muss das Gift auflaufen lassen Wird ja immer geiler hier Ah, es reicht schon ihre Nähe aus, alles klar Oh jee Ich mag dich nicht, weißt du das? Nein, da bin ich mir selbst versaut, oh mein Gott I'm sorry Ja, jetzt habe ich keine Heilung mehr Fuuuck Hey Slungy Es war recht knapp, muss ich gestehen Es war recht knapp Danke Mika Okay Ja, also dafür muss ich auf jeden Fall Ich werde es noch eine Runde probieren, aber ich werde mehr Gegengift kaufen müssen, denke ich Wir machen jetzt noch eine Runde und dann Ja, es muss so Und dir, so Slungy, wie geht's dir? Ich denke, du hast es ja mitbekommen zwischen mir und Nia, ne? Also, so Ist halt eine komische Situation hier im Augenblick Nennen wir es so Ich will jetzt auch nicht irgendwie zu viel hier reintragen Weil es meiner Meinung nach nicht hierher gehört Ja, aber ich habe hier schon einen anderen Basti Aber ich kann dich auch Basti nennen, das ist kein Problem Und ich sage Sebastian Heißt du denn überhaupt Sebastian oder heißt du Bastian? Weil Du kannst ja auch Bastian heißen Und ich weiß es vielleicht also noch nicht Oh Ich habe vergessen Dass ich keine Scherben mehr habe Das ist nicht gut Das ist nicht gut Sebastian Okay Weil Loki heißt auch Basti Und den kenne ich halt schon seit 10 Jahren Und den nenne ich schon immer Basti Deswegen werde ich jetzt bei dir Sebastian sagen Und der andere ist dann halt immer noch weiter Basti Wenn das völlig in Ordnung ist Ne, ich will auch nicht, dass du dich da einmischt Ich will, dass sich keiner einmischt Damit du mich richtig verstehst Ich glaube nicht, dass ich es mit 5 Charts schaffe Ehrlich gesagt Gut Gut, dann gehen wir doch einkaufen So bringt das eigentlich kaum was Oh, da ist ja was Oh Das wollte ich nicht Oh Oh Okay Ach so Ach so Ach so Ja gut Ich weiß nicht, ob ich will, dass du mit mir gehst Aber gut Ja, ich habe es gesehen Aber ich brauche trotzdem noch Items davor Das bringt mir also gerade nicht viel Ich gehe jetzt nochmal zurück Weil ich brauche, äh, Gegengift und alles Mögliche Sonst bringt das nichts Wo ist er denn jetzt? Alfred Alfred Da hinten Was machst du da? Auf geh Willst du chillen und bitte mit mir kommen? Dankeschön Dankeschön Nee Klaus war weiter oben Hier? Ja Erstmal was einkaufen Dann versuche ich den Boss noch einmal Aber wir machen jetzt auch nicht mehr lang, weil ich nehme jetzt schon bald drei Stunden auf Ich könnte eine Pause vertragen Äh Sag mir nicht, ich kann mit dem Kerl hinter mir nicht zurück How the fuck? Warum? Oh, er ist ja gerade im Kampf Alfred Wo ist der Hampelmann? Was ist wirklich? Ah, er ist ja weg Wo bist du? Doch, er ist weg Doch, er ist weg Warum? Warum? Woh, er ist weg Hä? Ach, da wirst du. Meine Fresse. Willst du bitte mit mir kommen? Please? Jetzt nenne ich dich bald Horst. Und niemand will Horst heißen. Ach, du kannst hier nicht hoch. Ernsthaft? Kann ich ihn dann auch irgendwie wieder zurückschicken oder so ein Blödsinn? Tja, irgendwie ja nicht. Okay. Tja. Ich versuche jetzt noch einmal in den Speicherpunkt zu kommen. Und wenn das jetzt nicht geht, dann muss ich wohl eine Runde mit Alfred kämpfen. Geht ja nicht anders. Welche denn? Meinst du diese... diese Herausforderungsglocke? Ne, ist ja was für online, richtig? Aber ich hab noch keine andere. Ich will jetzt nicht zum Boss, ohne genug Schatz zu haben. Ist doch doof. Ja, lol. Oh, ist das... Ist das doof gerade. Ja, ich komm wegen Alfred gerade hier nicht mehr weg. Oh, ist das doof. Ja, ist ja gut. Dann geh ich eine scheiß Runde in den Kackboss machen. Ja, das meine ich ja mit Schatz. Ich meine die Munition. So ein Mist. Hätte ich das gewusst? Oh, jetzt geh ich einfach eine Runde sterben für nichts. Großartig. Weil ich hab weder genug Gegengift noch genug Schatz zum... ...Gegenangreifen. Ist halt kacke. Das ist gerade richtig scheiße. Ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Besonders kann man die nicht nur irgendwie... ...nur einmal rufen. Die Idioten. Bei den anderen konnten wir auch nur ein einziges Mal rufen. Dann nie wieder. Ja. Ja. Ja, das kann ich auch machen. Aber Mika, ich kann mir doch dann eh nichts kaufen. Ich kann ja nicht zurück. Das ist doch das Problem. Solange er bei mir ist, kann ich nicht zurück. Ich könnte nur versuchen... ...ob das funktioniert. Ich mach ihn jetzt eine Runde. Mal gucken, ob Alfred nützlich ist. Ich glaube es ja nicht. Bin ich ganz ehrlich. Was ist mit dem Schalldämpfer? Was ist mit dem Schalldämpfer? Nee. Ich werde nicht allesaround. Ich habe keinen Schalldämpfer. Ich werde das alles runter... Wie lange das mir was bringt, ist halt die andere Frage. Ich glaub Alfred ist tot. Aber doch nicht. Ich komm mir grad vor, ich will nicht cheaten. Keine Ahnung. Ich komm mir wirklich vor, als würde ich grade cheat. Ich komm mir grade nicht richtig dabei vor. Oh, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Oh, wie ist die Kamera schon wieder vor. Ich komm mir halt vor, als hätte ich es gecheatet. Also ich komm mir jetzt auch bei dem Sieg nicht gut vor, bin ich ganz ehrlich. Überhaupt nicht. Ich hätte den auch locker ohne ihn geschafft, bin ich ganz ehrlich. Ich mein, ich hatte ja schon in der zweiten Runde den Boss schon ziemlich weit. Aber gut. Amin. Tja. Ah, schön. Der Boss ist optional? Ja gut. Ja, trotzdem. Ich, ich fand, ich hätte den jetzt auch ohne noch geschafft. Ja, danke. Hab ich auch grad gesehen. Ähm. Also ich hätte den Boss jetzt auch ohne den Alfred geschafft, finde ich. Ich hatte den vorhin schon echt gut weit unten. Tja. So wurde jetzt irgendwie etwas einfach. Meine Enttäuschung ist groß. Tja. Na gut. Was sonst? Gemacht ist gemacht, ne? So. Ich geh jetzt mal nach den Emblem gucken. Also hier nicht. Hier auch nicht. Meint ihr das Ding? Ja, ihr meint das hier, richtig? Ja. Können wir sogar schon kaufen. Das ist praktisch. Okay. Aber... Ich glaube, ich mach jetzt erstmal ne Pause von Bloodborne. Ich werde jetzt erstmal hier YouTube-Tschuss sagen. Tschüss YouTube. Tschüss. Ich bin einiger registeredes 할be некоторых. Ich bin einiger, wie ein wir die das. Ich bin schon mal. Ich bin einiger. Vielen Dank.